Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Geilhof 20. Ich hab den Rahmen für die Quarry fertig gemacht. Durch den kleinen Berg. Langliebe die Fledermaus. So, und jetzt müssen wir eben dieses Ding hier umstellen. Das reicht ja, wenn wir das einfach auf die andere Seite tun. Also nehmen wir mal unseren Crescent Hammer. Nein! Daneben! Verdammt! Sorry. Habe ich noch? Nein. Ach, verdammt. Ich brauche dringend neue Spitzhacke. Meine schöne Spitzhacke ist weg. Ich bin traurisch. Ich bin sehr traurisch. Tja. Und weil ich so traurisch bin, mache ich jetzt einfach eine Dingensspitzhacke. Eine... Saphir. So. Habe es davon. Das ist mir nämlich egal, wer nie weg ist. Die ist nämlich billig. Meine schöne Spitzhacke. Man hat es nicht leicht in Minecraft. Minecraft ist schon ein echt hartes Spiel. Ich meine, das kommt anderen Action Games echt nah. Manchmal. Ähm. Ähm. So. Hui. Hab ich sie denn nicht schon leer gemacht? Natürlich nicht. Toll. Okidoki. Ähm. Dann... Plöp. Plöp. Und... Nein. Plöp. Zack. Und... Und... Mein... Nomadic Zauber. Achja. Und... Achso. Whitelist. Und zwar... Das da. Und... Holzone. Den hab ich schon weggebracht. Dann holen wir uns noch einen. Dann holen wir uns noch mal ein bisschen weggekommen. Ja. Hui. Jupp. Zack. Und... Go. Und hier ist alles gut soweit. Juhu. Gut. Dann müssen wir jetzt langsam mal alles rüberbringen. Säune. So. Joa. Dann können wir die schon mal wieder anwerfen. Das brauch ich immer noch ein bisschen Zaun. Zum Zack-Zack. So. Wie schaut's aus? Quari, ja. Ist wenig. Ich glaub ich muss die immer neu hinsetzen. Ähm. So. Vielleicht. Mal. Hm? Arbeite die? Ähm. Wo ist denn... Da? Plap. Established boundary, dann... Jo. Legt sie mal los. Wah. Wo fängt die eigentlich an? Ganz hinten? Und achte auf die Partikel. Und achte auf die Partikel. Hauptsache auf die Partikel. Das zählt. Nur das zählt. Dann gehen wir das Zeug wegbringen. Jawoll. Da. Friss oder stirb. Oder stirb. Oder stirb. Oder stirb. Oder stirb. 30. Oh ja, ich hab doch... Hab ich noch Bücher? Wenn nicht Läder hab ich bald genug. Hier haben wir so drei, vier Bücher daraus. Und vielleicht zaubern wir ein bisschen. So, einfach genau. In der Zeit kann ich ja hier schon mal das ganze Zeug ablegen gehen. Und das behalte ich. Das brauche ich noch wahrscheinlich. Das kann weg. Das kann weg. Okay. Achso, Bücher. Bücher. Dann. Kazam. Hallo? Wo ist das Problem? Hallo? Ah, ich weiß nur, das Problem ist. Da fehlt so einiges am Buch. Ha. 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 Okay. Ähm. Hab ich irgendwo oben Platz für... eine Bibliothek? Hm. Ja, ich glaube, die würde ich hier hin bauen. Hier. Okay. Dann brauche ich noch ganz viele Bücher. Für Bücherregale. Damit ich auch eine 30er-Verzauberung machen kann. Verrippt. 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 Okay. Ähm. Papier. Ich könnte ja mal ein bisschen mehr Zucker rauf verteilen. Upsala. Wow, ganz sind zwei Zucker rauf. Das ist ja der Wahnsinn. Achso, weil ich nur ein Ding hier stehen habe. Kein Wunder. Okay. Das ist natürlich, äh... nicht so clever. Ähm. Nicht so leicht als wir haben, oder was ist hier los? Ha. Tja, da müssen wir noch was warten. Oder ein bisschen Holsterschreddern. Mö, mö. Mö. Hihi. Yeah, schon fünf Leder und ein bisschen lecker Fleisch. Prima. Ähm. Mö, da. Hungerbraten. Ich hab Hunger. Hihi. Okidoki. Dann. Da, werde ich wohl mal einmal mein Leder und all, was ich so hab, zusammenkratzen. Und machen wir mal ganze sechs Leder. Ich glaube, da macht es fast mehr Sinn. Das Ganze. Aus, äh. Warte, wie viele Bücher brauche ich? Wie viele Bücherregale brauche ich? 15 oder so, ne? Puh. Ähm. Kurz überlegen. 15 mal drei Bücher, ne? Sind, äh, 55. Hm. Ich glaube, das reicht zumindest an Strings nicht. Hol mir mal das raus. Ups. Und Holz. Habe ich nicht gerade noch Holz? Verdammt. So. Und, ach ja, Papier. Und, ach genau, noch mehr Holz. Dafür gehe ich aber, glaube ich, mal eben manuell nach unten. Tue mir zwei Stacks. Ähm. Okay. Was brauche ich denn? Pulverizer, genau. Und der. Können den ja, glaube ich, eh nicht ausfüllen, oder? Außer in die Kiste. Und die. Bleiben. Einfach hier hängen. Okay, gut. Jut, 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 dann. Zack. Äh, äh, äh. Äh, äh. Ja, schnick. So, die Leder nehmen wir trotzdem mit. Und wir kriegen ja jetzt am laufenden Band neues Leder. Von daher ist das nicht so schlimm. Oh, hier sind noch zwei Schweinefleisch. Die kann ich auch nochmal da rausholen. Dann haben wir wieder einen Ticken mehr Platz. Und hier ist noch ein bisschen Huhn. Das können wir auch mal essen. Können wir hier? Nee, hier war, glaube ich, nicht, dass wir Zombiefleisch zu Leder machen konnten, ne? Leather. Äh. Leather? Ah doch, das geht wohl. Ah, perfekt. Perfekt, perfekt. Okay, weil Zombiefleisch habe ich nämlich auch mästig, wie ihr seht. Supi, dann haben wir doch weniger Probleme. Dann ist so höchstens das Papier das Problem. Papier. So, acht gewinnahm Bücher habe ich aber sonst auch noch, ne? Fünf. Jo, und dann gibt mir meine Wundenchips. Ganz viele. Echt ein super Trick. Um an Papier zu kommen. Oh. Na? Jetzt hör auf. Ähm. Das mal nur durchschmeißen lassen wir. Zack. Yeah. Ach Gott, so viel Zeug. Wo kommt das alles her? Ach, ist der Quarrel, würde ich sagen. So, prima. Ach genau, da kann ich ja dann demnächst mal gucken, wie es ausschaut mit Barrels einrichten für ja, die ganzen Sachen da. Hier tun wir das zuerst. Und dann das und das. Beschleunigen kurz hier. Okidoki, äh, so. Zack. Und so, eine kleine Bibliothek aufbauen. Plöpp. Fünf haben wir schon mal. Yay. Sechs Bücher. Wuhu. Ich hab's voll drauf. So, gucken wir mal. Mehr Leder, mehr Holztipps, mehr Papier. Boah. Oh. Sehr schön. Das sieht doch gut aus, langsam. Noch mehr von allem. Ups. So. Ähm. Zack, 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 zack. Das kommt sich, glaube ich, gerade genau aus. So, dann kann ich die ja schon mal hochbringen. Die Frage ist, wenn ich jetzt den Auto-Enchanter abbaue, ob mir dann die 30 Level ja drin sind, verloren gehen oder nicht. Das ist die Price-Frage. Tja, also günstig werden jetzt noch vier Regale. Sieht wenigstens halbwegs gleichmäßig aus. So, dann zeig ich mal her. Ich glaube, das könnte knapp werden. Ja. Was fehlt? Papier fehlt, ne? Jo. Dann noch mehr Holz. Holz ist ja momentan eigentlich genug und wir kriegen ja gerade auch mehr als genug, weil die Baumschmeier wieder gerade Baum fällt im Sinne von, ne? Nur Abfällen und so. Wie schaut's aus? Sehr gut sogar. Jo. Das Ding ist fleißig. So, 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 so. Halt, stop, hier wollte ich reingucken. Okay. Zack. Nochmal drei Bücher. Fehlen noch zwei. Wo? Komm schon. So. Plöpp. Oh nein. Dähähäh. Sehr gut. So, jetzt aber. Okidoki. Jaja, Spinne. Ist alles gut. Alles ist gut. So, perfekt. Das sagt die... Ah, das war klar. Licht. Okidoki. Dann... Ähm... Gucken wir mal. Zack. Weg, 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 weg. Das auch. Und dann... Du-du-du-du-du-du-du. Genau, kann ich das hier noch... Na? Och, Mann. Braten. Grrrr. Ach. Blödes Ding. Einmal schnell durchbraten. Zack. M-kay. Dann... Das Ding hier. Das ist die Frage. Wahrscheinlich werde ich das nicht. Das heißt, ich muss das Ding vorher mal cutten. Deswegen, es war so... Kann ich das denn wieder rausfließen lassen? Ok, ich hab keinen Platz mehr. Dann muss ich noch einen Tank machen. Mist. Ähm. Ich hab noch einen Tank. Ich hab noch einen Tank. Gut. So. Gibt's da jetzt raus, oder nicht? Empty. Hm. Tja. Klopp. Wenn ich ihn jetzt abbaue, sind die weg. Tue ich mega ärgerlich. Verdammt. Tja. Vielleicht gehabt. Tja. Platz hab ich noch. Gut, dann nehmen wir den jetzt auch noch mit. Und. Huuu. Ganz genau. So. Dann ist er auch nicht mehr im Weg. Prima. Zack. Ganz genau. Schade, 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 schade. Äh. Wo stell ich die denn mal hin? Tja. Gute Frage. Hm. Ich könnte hier eine Decke klemmen und dann hier so ein kleines Ablaufsieb machen, nach oben fließen lassen. Selbe stimmt ulkig aus. Dann mach ich das mal. So. So. Mehr Tanks. Vier Stück. Prima. Und mehr Fluiducts. Neun Stück. Habe ich noch ein paar gute Fluiducts? Nö, aber ich kann mir welche machen. So, wo haben wir sie denn da? Kupfer. Okay. Das ist einfach. Ich glaube, was hier unten drin? Jo, ist dies da. So. Das kann ich jetzt auch mal wieder da. Kruschtig, kruschtig. So. Nehmen wir vier. Ich hoffe, das reicht. Zack. Und zwei Pneumatic Servus. MMM. Redstone. Ja. Oh mein. Mag ich das nicht so. Sollte ich mir mal gönnen? Irgendwann. Aber mir fehlt ein nekrotischer Knochen. Hm? Ah. Bup. Ach, die Tanks. Die Tanks. Ich habe die Tanks vergessen. Ah, 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 ah. Das ist ja, ah. So, jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber. Einer kommt hier hin, der Rest kommt perfekt hier dran, hehe, beruhigt, uh, da backt's rum, würde ich sagen, okay, servus, fluiducts, wo ist mein Gitter, da ist meine Gitter, so das kommt aus dem Weg, kann ich hier so hin, hm, kann ich das da weg machen? Ich glaube ja, ja, nein, das kann ich auch, verdammt, ach, Mist, Loch im Dach, verdammt, egal, sieht keiner, hm, dann kann ich das da auch weg machen, wa? Ich ziehe was zwischen, aber ist das schlecht? Wahrscheinlich schon. Oh Mann, sieht das doof aus. Egal, Hauptsache es funktioniert. So, dann brauche ich hier einmal dahin und da einmal dorthin. So, jawoll, 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 jawoll. Das funktioniert gut, glaube ich. Ähm, in die AI weg, Auto-Extract, äh, das müssen wir mal überlegen. Achso, Auto-Extract, ja, bitte. Von oben? Ah, nee. Auto-Drink von oben. Ha, okay, gut. Ist egal. Auto-Eject, kann ich nicht. Auto-Drink, yes, please. Okay. Das von Sinuckelt. Und ihr seht, wir haben ganz schön viel Level verloren dadurch. Ha, so ein Mist. Okay, so. Aber ich wollte ja sowieso nochmal gucken, was wir unten für, äh, also was für verzauberte Bücher wir unten noch liegen haben im System. Apropos, da kann ich auch mal ein Bücherregal bauen, weil die müssen ja nicht, äh, unbedingt im System liegen. So, generell alle Bücher. Ähm, ich darf einmal welche? Ah, nee, Bücherregal, die gehen anders, äh, nicht so. Nein. Ach, Mist. Ähm. Wo waren die noch gleich? Book, Book, Book. Bookshelf. Da ist es ja. Achso, war das. Da brauch ich noch mehr normales auf. Verdammt. Und zack. Zwei Stück. Äh, lihopp. Und... jawoll. Ähm. Hm. Wo haben wir sie denn? Oh ja. Diese ganzen Dinge, die belagern sowieso nur alles. Okay. Ähm. Luki, Luki. Okay, das war's. Gut. Der Rest? Im System verschüttet gegangen? Hello? Oh Gott, noch mehr. Achso! Oh, lol. Guck euch das an. Nein, wie geil. Wie geil, wie geil. Okay, ich brauch nen Plug. Oh Mann. Obwohl, ich hatte genau richtig Plugs, ne? Verdammt. Wie macht man die nochmal? Da, Pipe Plug. Cobblestone Structure Pipe. Okay. Und nen Gravel. 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 Alle hopp. Ach, da ist schon. Die haben gar keinen Strom mehr. Diese blöden Dinger. Die verbrauchen unendlich viel. Und... Ach. Scheiße, Helle. Ohne Witz. Oh, ich brauch dringend neuer Strom. Dringend neuer Strom. Okay. Upp. Schnell weg da. Sonst ist es gleich leer. Jo. Okidoki. Ja stimmt, das Ding zieht ja auch die ganze Zeit ab. Aber das hat ja auch ziemlich viel Strom eigentlich drin. Hm. Okay. Okay. Okay, das würde ich jetzt erstmal so lassen. Ich würde sagen, für die Pipe Talks, P-P-P-P-Palpe-P-P-P-P-P-P-Upp-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P. Komm, einmal Plopp. Es ist ja lustig, dass mich auch befeuern kann damit. Einfach so. Voll gut. So. würde ich sagen, das war es mal gewesen für diese Folge. Ich würde mal sagen, ein lieblichen Abo und bis zum nächsten Mal.